Die Klobürsten haben gelockt, die kommen nicht von angerannt. Die schießen nämlich gerade allein mit uns. Sie sind ja, dass er sich in die Nähe der FEM-Stelle kommt. Sie müssen die Stellung auschalten. Aber wenn sie die Vision-Material in die Hände bekommen haben... Es kommt einfach mal diese riesen Platz hiervonne. Mist, der Worst Case ist eingetreten. Einer unserer Hubschrauber wurde abgeschraubt... Sie reden sich sofort zum Drak und schalten Sie die FEM-Stelle aus. Ich kümmere mich um den Piloten. Oh ja, wir haben ein Schild, mein Name, ich hab mir hier... Versuchen sie durchzuhalten. Nun bleiben wir in Deckung. Wir schicken Agenten. Alternativroute zum Zieletrag. Ich geh mal ein bisschen hier rüber. Ich geh mal ein bisschen. 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 Die Buzze? Ich geh mal ein bisschen. 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 Ich hatte gehofft, dass die Division zu dieser Party kommt. Ich geh mal ein bisschen. 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 Es ist vorbei! Zeit für die großen Geschütze! Überreißen sie in Stücke! Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Ich verstehe nicht warum dieser Boss mir schon die Kiste geholt hat. Ja, aber da kommen zwei Dicke und der rannte einfach los. Ja, da können wir doch eigentlich erstmal einen weg machen. Ja, aber du kannst ja erstmal einen Dicke weg machen, dann hast du erstmal Ruhe und einer kann sich ja... Verdammt, wir brauchen Verstärkung! Ich weiß nicht, wir brauchen einen Dicke weg. 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 es sieht gut aus das ist bald vorbei greife auf aufwehrkontrollsystem zu zugriff erfolgt die passade sind zäh verdammt sie brauchen verstärkung feuer die scheiß bürger ab, ok? du denkst du ganz viel krumm kommen und überleben? äh, falsch gesagt dann sind wir da hinten alle, wo kommt denn der nicht überall her? achis, hier stehen noch 2 dicke hier ... 3 dicke Ja, das war's für mich. Das war's für mich. Das war's schön. Wir haben es geschafft, Agent. Gut gemacht. Der Pilot war ein guter Mann. Das ist ein schwerer Verlust für uns. Aber wir haben die Rikers gestoppt. Mit den Waffen hätten sie noch viel mehr Leute umgebracht. Wir müssen weiter wachsam sein. Und dürfen schwere Waffen nicht wieder in falsche Hände geraten lassen. Wir treffen uns dann hier wieder. Du musst doch nicht schön ansehen wie Agobi auf die Fels. Oh, du hast es geschafft. Ja, ich weiß nicht mal wie das in Erinnerung war. Ja. Geht's. 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 Geht's.